hey freunde fix hier und herzlich willkommen zum zweiten tag auf der gamescom beziehungsweise auf den video days heute gehen wir auf die video days und ich habe mir gedacht bevor ich den vlog anfangen zeige ich euch einfach mal unser zimmer wir sind nicht in einem hotel sondern wir sind so bei so einem studenten zu hause im gästezimmer und ja es ist eigentlich nicht viel zu zeigen ich wollte euch nur kurz zeigen wie unordentlich wir sind wie das seht mal hier so da haben wir einen schrank und die tür was wir alles nicht benutzen und hier sind unsere koffer warte ich zeig es euch mal so rum so unsere koffer bisschen unaufgeräumt hier auf dem tisch liegt ganz viele sachen wie händler und so weiter und so fort und ich finde haben müssen da schlafen ich will mit tom nicht erschlafen ja das war eigentlich so viel zu unserem zimmer ich habe mega bock auf die video days ich bin echt gespannt ob ich viele von euch treffen ich kann ich ja schon mal zeigen durch tom habe ich diesen kleinen pass hier bekommen und zwar den video days youtuber pass mega cool noch mal dann kann ich trommst du den vlog vielleicht sehen vielleicht auch nicht er ist immer noch duschen gerade und ich hoffe er behält sich weil wir müssen gleich los es sind bestimmt schon viele leute da und ich hoffe wir kommen mit dem ding an der riesen schlage vorbei das wäre natürlich mega nice hey leute wir sind mittlerweile auf dem video days angekommen und ich habe vorhin was gefilmt aber da hatte ich meinen ton aus ich weiß gerade gar nicht ob mein ton jetzt an ist aber ich denke schon und hinter mir ist das youtube space einfach ein stand von youtube space und da haben wir auch ein 360 grad video gemacht das werde ich euch noch hochladen könnt ihr euch auf jeden fall anschauen ich und tom zusammen wie wir uns ein bisschen zum affen machen und mal ein bisschen 360 grad ausprobieren und ja wir laufen jetzt noch ein bisschen rum schauen mal vielleicht kommt später noch ein bisschen was mit der show und ja kein plan das wird schon irgendwie tom steht auf jeden fall gerade da ein bisschen rum und unterhält sich und jo wir sind gerade außen auf dem außengelände ich habe vorhin gefilmt aber ich hatte mein mikro aus und das war irgendwo ganz dahinten und da waren halt die ganzen leute die die ganze zeit reingekommen sind die ganzen youtuber die ja schon ein bisschen bekannter sind und da ging es ziemlich ab ich habe euch ein bisschen was eingefangen ich denke ohne ton weil ich einfach zu dumm bin mein mikro anzustellen aber das wird schon irgendwie so wir sind jetzt aus den video der ich draußen ja wir waren gerade noch ein bisschen am dom haben ein kleines treffen gemacht da sind ein paar leute dabei die laufen gerade mit tom nach vorne ich glaube jetzt einfach mal hier lang weil hier sind nicht so viele leute und ich glaube bisschen im kreis damit mich ganz viele leute sehen ich wollte noch sagen zu dem video dass ich weiß nicht ob ich dazu ein eigenes video machen soll oder ob ich das jetzt noch am ende dran schneiden soll es ist mega dunkel gerade und das licht ist scheiße ich sage euch alles zu dem video des morgen wir gehen morgen nämlich nochmal hin ich weiß gar nicht mehr wo die sind die sind da vorgelaufen und dann sehen wir uns morgen im vlog danke fürs zuschauen lass auf jeden fall einen daumen um da ich weiß nicht wie die vlogs werden aber wird bestimmt gut bis dann tschüss up unter unter